Hallo zusammen, das ist eine Introduction zu meiner Dark Crusade durch Lordaeron. Wie man erkennen kann, spiele ich hier auf der PC-Version und habe somit auch, wie man links vom Titelbild sehen kann, den Dark Souls Fix enabled. Und somit habe ich bessere Grafik, meine Optionen und auch die ein oder andere Textur ausgewechselt. Also, was kann euch erwarten bei meinen Videos? Ich werde mich meistens darauf konzentrieren auf Boss-Videos, einerseits mit meinem Strength-Build-Charakter im New Game Plus und andererseits mit meinem Dexterity-Fave-Charakter im normalen Spiel noch. Ich bin beiden noch gerade in Aenolondo angekommen, ich habe beiden noch nicht den Boss besiegt, also Ornstein und Smouth. Und somit könnt ihr euch mal einstellen, damit es das Ganze schon mal lustig verstanden geht. Es wird auch, ich habe auch vor, dann später viel PvP-Action zu machen und das ein oder andere Troll-Video aufzunehmen, eventuell. Wir schauen mal, wie das gut funktioniert, jemals besser oder weniger. Was ich auch probieren will, eventuell werde ich einen kompletten neuen Charakter anfangen mit einem Intelligence-Build und dann mehr in die Koop-Richtung gehen. Also natürlich den Sunbro-Covenant und mal schauen, wo uns das hinführt. Ja, das war's mal und wir sehen uns dann in meinem ersten Video. Und hier noch ein kleiner Vorgeschmack. Man sieht schon, das ist mein Strength-Charakter. Und ja, noch zum Abschluss und auf Wiedersehen bis hoffentlich, man sieht sich bald, bis später.